Hallo, ich bin's, Alexandra. Bei diesem Video dreht sich alles rund um das Thema Brust und ein schönes Dekolleté. Ich habe euch wieder einige schöne Übungen vorbereitet und wünsche euch wieder ganz viel Spaß beim Schauen und beim anschließenden Training. Die erste Übung ist wieder ein ganz schöner Allrounder. Ihr versucht euer Gleichgewicht auf dem PC-Ball auszubalancieren und in Rückenlage die Position zu halten. Dabei werdet ihr merken, dass die Oberschenkelrückseite und Gesäßmuskulatur stark mitarbeitet. Mit den beiden Freihanteln in der Hand versucht ihr diese hochzudrücken, wie beim klassischen Bankdrücken und ihr werdet merken, dass dabei nicht nur die Arme mitarbeiten, sondern auch die Brust. Der Liegestütz ist eine tolle Übung, wenn man die Brust trainieren möchte. Der Liegestütz trainiert aber nicht nur die Brust, sondern auch die Schultermuskulatur, die Armmuskulatur und vor allem die Armerrückseite, die ja vielen Frauen sehr wichtig ist. Und auch eigentlich den gesamten Rest des Körpers, weil man stets unter Spannung ist. Ich habe den Liegestütz in drei Sequenzen für euch vorbereitet. Wer noch keine Liegestütze kann, startet mit der ersten Übung und zwar dem Stütz. Achtet bitte darauf, dass eure Schultern direkt über euren Händen sind. Im zweiten Schritt versucht ihr negative Liegestütze zu machen. Das heißt, ihr versucht so langsam es geht, euren Körper in einer gestreckten Form abzusinken und dann startet ihr den Liegestütz quasi wieder von vorn. Wenn der zweite Schritt recht gut klappt, könnt ihr euch an den klassischen Liegestütz trauen. Achtet darauf, dass die Ellbogen stets nach hinten zeigen, um so gut es geht den Trizeps und eure Armerrückseite mitzutrainieren und dabei die Schulter zu entlasten. Eine weitere tolle Übung, die ihr in eurem Fitnessstudio durchführen könnt, ist der Butterfly. Dabei muss man eigentlich nur darauf achten, dass man nicht ins Hohlkreuz ausweicht. Und ein kleiner Tipp von mir, nehmt mal ein bisschen mehr Gewicht. Wenn ihr den Butterfly drei Runden lang und mit mindestens zwölf Wiederholungen schafft, ohne dabei angeschränkt zu sein, dann bringt es euch nicht viel. Legt ein bisschen mehr Gewicht drauf und bringt euch selbst ein kleines Gewicht in eure Grenzen. Das war es zum Thema schönes Dekolleté, straffe Brust. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß bei eurem Training. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.